Sechs neue spannende Erweiterungen wurden in den letzten Wochen angekündigt und die schaue ich mir hier genauer an. Und zum einen haben wir Cascadia Landmarks, eine Erweiterung für das Spiel des Jahres Cascadia, welches jetzt angekündigt wurde. Und das wird auch bei Cosmos erscheinen, die Erweiterung 2023. Ja, und die der Name schon vermuten lässt, gibt es hier halt Sehenswürdigkeiten bzw. ja besondere Sachen, die wir halt besondere Kennzeichen in der Welt, in der Natur, die wir hier platzieren können. Und so können wir spezielle Endgame-Wertungen auch noch bekommen. Aber zusätzlich gibt es eben noch in dieser Erweiterung noch weitere Wertungskarten, um noch abhängigere Wertungen für die Tiere zu bekommen. Und es gibt mehr Landschaftsplättchen und Tierplättchen, damit man noch mehr Abwechslung hat und dass man das Spiel dann auch mit fünf bis sechs Spielern spielen kann. Denn die Erweiterung ist für eins bis sechs Spieler 30 bis 45 Minuten ab zehn Jahren. Und ich denke mal, alle, die Cascadia mögen, die sollten sich Cascadia Landmarks dann auch mal anschauen. Bitoku bekommt auch eine Erweiterung, nämlich Bitoku Resutoran soll 2023 erscheinen und enthält drei neue Module, die zu dem wirklich wunderschönen Grundspiel hinzugenommen werden können. Man kann eben wieder ein einzelner zunehmen oder alle hinzunehmen. Wir haben neue Iwakua-Rocks, wir haben neue Yo-Kai-Karten und wir haben drei neue Typen des Kodama-Lakes. Und zudem hat man ein neues Deck drin, das bestimmte Effekte während des Spiels triggert. Zum Beispiel, ja, dass man Würfelresultate verändern kann oder besondere Punkte bekommt. Also ob das eine Art Event-Deck ist oder zusätzliche Aktionskarten, das muss man mal schauen. Aber ich denke mal, Bitoku Resutoran bringt auf jeden Fall mehr Abwechslung in dieses sehr interessante Spiel von Devir. Und der Autor ist ja auch hier wieder Diamant P. Milan. Eine Erweiterung, über die sich sicherlich auch sehr viele freuen, ist die neue Die Verlorenen Ruin-Erweiterung. Und nämlich die Verscheulene Expedition. Das ist die zweite Erweiterung von Die Verlorenen Ruin von Arnak. Und auch hier ist wieder eine Solo-Kampagne natürlich dabei. Aber wir haben auch andere Inhalte. Zum Beispiel haben wir zwei neue Anführer dabei, die ja in der ersten Erweiterung eingeführt wurden. Und die sehr interessante Mechaniken mitbringen. Aber wir haben halt auch neue Artefakte, neue Gegenstände und neue Assistenten, die ja mit reingenommen werden. Und ja, entsprechend bringt die Florenen Ruin von Arnak auf jeden Fall für alle Fans noch mehr Abwechslung, noch mehr Spielspaß und noch mehr Möglichkeiten mit. Dann kommt auch für Descent Legends of the Dark eine neue Erweiterung 2023, nämlich der Krieg des Verräters. Und das ist eine große Erweiterung, die wieder neue Gegner, neue Quests und neue Mechaniken in diesen Dungeon Crawler reinbringt. Also jeder, der Legends of the Dark sehr, sehr gern gespielt hat, und das ist ja auch spielerisch wirklich ein sehr spannendes und sehr interessantes Spiel, der bekommt auf jeden Fall mit dieser Erweiterung hier eine Menge neues Spielmaterial in der doch auch hier recht großen Box. Das deutliche Gegenteil ist dann Fancy Feathers, also Fasanerie auf Deutsch. Das ist ja bei zwei F-Spiele im letzten Jahr erschienen. Ein kleines Kartenlegespiel für zwei Personen. Und da wird es jetzt Fasanerie, es wird bunter geben, denn ja, mehr Abwechslung ist immer gut. Und deswegen wird es hier sechs neue Typen von Tierkarten geben. Unter anderem eben neue Fasane, aber zum Beispiel auch ein bellender Hund. Und damit kann man eben noch abwechslungsreichere Partien spielen. Also wer Fasanerie mochte, auch hier kommt Nachschub. Und zwei F-Spiele hat auch für Fayum eine Erweiterung angekündigt, nämlich die Fayum Privileges, also Privilegienerweiterung. Und diese namensgebenden Privilegien werden eine separate Art von Karten sein, die wir in der Hand haben. Und da gibt es entweder permanente Effekte, die man im Endeffekt auch verändern, wie man die eigenen Aktionskarten spielt. Oder es gibt auch Einmaleffekte, die man als zusätzliche Aktion spielen kann. Und insofern bringt halt Fayum Privilegien hier noch mehr Möglichkeiten und mehr Flexibilität in Fayum rein. Ja, das waren so ein paar spannende Erweiterungen, die in den letzten Wochen angekündigt wurden. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in den Kommentaren mal reinschreibt, ob das was für euch ist, ob ihr generell vielleicht eine der Erweiterungen spannend findet oder auf welches Spiel oder bei welchem Spiel ihr gerne vielleicht eine Erweiterung hättet.